willkommen zu einer neuen folge wolfenstein redrom kann sein dass es jetzt genau hier wieder anknüpft aber ich musste tatsächlich noch mal wieder von vorne beginnen weil ich letztes mal klugerweise doch nicht gespeichert hatte bzw der spielstand der dastand wahl vom ersten teil und ich habe das nicht so ganz gehofft das level kommt mit zumindest erst mal nicht bekannt vor muss aber auch nichts heißen komischerweise hatten wir letztes mal eine minigun noch ne jetzt hau doch nicht ab also wenn das schon leichen liegen da ist ein roter irgendwo dann ist das eigentlich kein gutes zeichen hab's ja sehr viel wir sind ja immer kerker wieder oder sondern vielleicht seine seine kult so eine sekte weil essenstische und dann leichen dazwischen wo haben wir denn letztes mal die minigun gehabt war das war das eventuell also ein secret room den ich diesmal nicht gefunden habe scheiße was was Das ist mein Leben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Scheiße, munitionsmäßig sieht es nicht mehr gut aus. Alter, was ist denn hier los? Alter, was ist denn hier los? Alter, was ist denn hier los? Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Wo haben wir den in anderen Stöße jetzt gebraucht? Ich hab hier... Huh, das ging lang. Okay. Okay. Das wollte ich gar nicht. Okay. 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 Medi-Küttler, sie liegen. Es wundert mich tatsächlich ganz stark, dass wir diesen starken Gegner mit seiner Gatling gar nicht noch mal hatten. Okay, gleich kommen einige. Die Frage ist, wann das jetzt alle? Nein. Nö. Ich trau diesem Riesenraum schon wieder nicht. Und ein Haufen Hellskid. Hier ist doch schon wieder so ein Megabrocken irgendwo, oder? Da. 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 Yes, yes, yes. Okay, mit dem Ding kriegt man ihn relativ easy runter. Braucht man bloß ausgerechnet Muni. Deswegen würde ich die Waffe endlich wieder wegstecken wollen. Und lieber erstmal mit der MP weiter arbeiten. Ach guck, scheinbar nimmt er das nicht auf, oder was? Wenn man damit nur 2% hält, das wäre ja auch krass, oder? Es war Zufall gerade. Ich würde es nicht ausprobieren. So. Dann nehmen wir das mit. Was soll's. Jetzt sag mir mal, wo ich den Schlüssel brauche. Ach hier. Na, das war ja nett. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der automatisch im Spiel gedreht hat, oder ob das wieder so eine Controller-Fehlfunktion war. Naja. Machen wir erstmal wieder in folgend Päuschen. Spitz, bedanke mich. Bis denn.